Hallo zusammen, Heizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, in den Wahnsinn Getrieben anzunehmen bei Calegos, immer zur blauen Gebirge, an dieser Position, also dieses Abbild hier. Vor Quest war die vielen Abbilder von Calegos, Quest angenommen und es geht ins Questgebiet. Wir müssen hier Mobs töten, Zauberwinterwächern, so, looten und ich habe schon 12 instabiles Arcana. Da war es Arcana, sehe ich jetzt nicht im Chat. Ja. Also, Questgebiet ist ziemlich groß gehalten, viele Mobs zu finden. Vier Stück. Hier gibt es glaube ich mehr, weil ich jetzt mehr Mobs habe. Hopp, von tot. Falls ihr euch fragt, warum die Mobs bei mir so schnell sterben und bei euch nicht, das liegt daran, weil ihr ein höheres Level habt und die Mobs skalieren ja mit euch. Ich bin Level 60, das heißt, ich nehme die Quest auf mit einem Twink und kann so die Story vom Azurblauen Gebirge spielen, ohne die ganzen Questweilen davor, auf den Ebenen von Onara und die Küste. Dadurch habe ich ein niedriges Level und die Mobs halten nicht so viel aus. So, 40 Stück habe ich. Quest ist abzugeben bei Kalegos, immer zur Blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. und behaun wie imp mov